hier habe ich mal wieder ein modell von oder ein spielzeug auto von hot wheels das ist ein custom 67 pontiac firebird ich glaube harvey flames ist weiß nicht ob es die serie ist von 10 ich weiß es nicht ich packe ihn einfach mal aus oh nein verdammte custom ich hoffe man kann ihn ganz gut erkennen er ist so custom dass er einfach mal gar keine motorhauer hat das ist ja also ist ja kasten sieht auf jeden fall ganz cool aus passt perfekt in meine sammlung wenn es den online irgendwo geben sollte welche euch natürlich verlinken ansonsten guckt einfach mal real oder so ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann